Was war noch mal ein Kippo? Hm? Ein Kippo? Keine Ahnung. Noch nie gehört, um ehrlich zu sein. Ich hab sogar schon mal gehört. Oh mein Gott. Da kommt erstmal ne Shotgun an, wenn man nicht charged. Normal. Die Gegner wollen's wissen. Wie viele da unten beim Haus sein müssen. Ja du capst ja auch noch von der Düne. Ja aber da steht keiner im Cap von der Düne. Die sind alle unten am Haus. Okay. Hast du ne Maid? Nein. Hast du ne Flayer? Ja. Schießt hier unten rechts ans Haus hin. Kannst damage farmen. Ich glaub ich hab mich auch nicht getroffen. Levy Light Tank steht so, dass man richtig hard farmen kann. Was für ein Level? Also. 60. Ist natürlich wie ein Level wie Light Tank. Na Flam Map verstehe ich es ja sogar fast noch. Als einzige. Wo man es vielleicht mal machen kann. Viel zu viele Gegner hier. Okay. Dead Law. Erstmal drei Leute angehitet. Ich hab meinen Sniper da hinten bei Esars. Boah. What the fuck. L47 hat mir reingedrückt. Natürlich. Push da drüber. Und wird nicht mal angeschossen. Der Typ schreibt halt rein, dass wir die. Also dass es K. zur Flagge fahren sollen. Hat jetzt wahrscheinlich nicht mal die Flagge mitgecapt. So wenig Punkte wie der mit drei Kills hat. Oder er kann sie nicht mitgecapt haben. Aber er liegt nicht zu. Okay ist kein Zwergerung. Geh. What the hell. Was macht der mit dem Shotgun hier. Der hat mir einen Schuss getroffen. Ich spüre hin. Die sind keinechtolten. Ich gucke, da ist noch nicht unbedingt. Ich versuche einfach die sowas von denen. Wieso? Wie geht es noch dabei? Oh. 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 Oh oh. 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 Natürlich. Die Sekunde, wo ich pushen will, krieg ich einen 80er-Hit. Hm, wer ist denn für die Sniper-Politiken? Wäre wahrscheinlich der Schlauer noch eh durchzupushen. Nein. Ah, ich kann ja schon. Wie weit wieder Cash-Horse ist hier an, ne? Hm, scoreboard. Ja, schon. Und mein Aim ist grad richtig beschissen. Holy fuck. Ne, ich treffe okay. 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 そう. Nein, oh Mann, Null-Meal-Level-Einer. Dieser Arsch. Ja, Medic! Oh Gott! Bei mir! Vier Leute! Natürlich war mein... meine Pistol leer. Wo bist du eigentlich? Auch mit nem Rape. Das ist runde, ey. Die müssen so Mads sein. Was, ich hab doch erst 30 kills. Ich hab mich auch gut mitgehalten, ne? Ja, ich bin grad... Ja, habts gesehen. ...einfach nur dumm reigerannt mit 19 L vor 15 Kills in 2 Minuten gemacht oder so. Äh, ja. Boah, das klingt der Team jetzt nicht grad so. Cavalry totally balanced und so. Ja. Let's buff... ...the weapon. Ich weiß echt nicht, wer auf die Idee gekommen ist. Ich weiß echt nicht, wer auf diese Idee gekommen ist. Hat sich immer darüber beschwert. Was? Finde ich aber gut, die haben ja den Trigger Delay oder den Bug von der... ...Nummer 3 rausgenommen. Echt? Ja, die haben die Feuerrate erhöht im Aim, halt. Das ist ja der Bug gewesen. Oh, 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 oh. What the fuck? Der war richtig schlecht. Ah, das ist ne Covalerie hier bei mir. Ah, ne, das ist ne Shotgun. What, der hat Armor? Na ja, ach ja, der kam angebundet Charge, deswegen. Sorry, aber ich hatte 10 HP, ich musste wegrennen. Sniper kit nen Oberkörper und nen Flare Gun hits. 70 Damage. Ah, gibt keine Damage Reduction. Nein. Oh ja, gut. Der hat richtig hart gefehlt. Das ist grad irgendwie zu einfach. Ach ja, fehlt gern Rechtscam natürlich einer. Oh ja, stimmt. Boah. Gesse ich immer, dass der da sitzt. Hätte ich's vielleicht callen sollen. Ja? Ich hab da gemütlich von Sniper abgehamed. husbands. Sag mal nicht unter Beschuss. Mach auf damit. Ah ok. da rennt einer rechts nicht mehr echt jetzt was der hat mir was ge... willst du echt pushen ne? ich wollte den smile verkörden dann gehst du halt nur noch A zurück nicht wenn sie es nicht angenommen haben geht das mal in die viert gunner typ klar wieder geschossen was macht der snipe hier an der seite? snipet sie erst mal ruhig vor sich hinten naja das ist doch bescheuert was hier grad abgeht da gehts das ist halt einfach dumm wie stark die kavallerie ist ey ja an sich auch das gegner team macht grad nicht grad viel dagegen aber du kannst dich so hart farmen du kannst nicht trinken hier gehts anschaft so ist das der skispiel nicht an schieß auch du kannst das ich glaube ich bin da ich glaube ich bin da nicht in der Zeitrange hm, kann man aber hooking uns aufklampfen oh, hat Willkommen krach oder wie? Die Anwälte nehmen eh nicht so viele Leute. Ja, schon. Du hast also die paar Leute, die aus irgendwelchen Gründen drauf geiern, ne? Und dann nur mit rumreiten. Und es gibt eigentlich keinen, der ist abgestiegen spielt. Der fuck, ich bin hier immer noch vor Ehe. Die ganzen Gegner geben keinen Fick, dass ich auf sie schieße. Also wirklich null, ja? Ich schieße mal auf den Medik-Dick, wenn ich auf den schieße ich nicht nochmal, ja? Ich habe sie Spawn-Protection. Ja, Pio. Mach da jetzt noch einen gespawnt, easy. Der fuck, das kann ich sehen, das ist ein Klappen-Krad. Das darf einfach... Ne, ich werde wahrscheinlich sterben. Hm, ich guck mal, wie weit ich komme. Der fuck, was ist das? Nein, die Gegner... Wie kann man so bot-like sein? Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Wenn man noch auf dem Leben... Ja! Das ist unmöglich, dass man so schlecht ist! Aber die haben die Autoloading Extended-Fuck gebracht. Ja, irgendwas mit dem Reload war. Ah, Recoil. Nein, nein, Recoil. Nein, nein, Recoil. Ähm, die Bullet-Spread. Dann musst du spammen, das weniger. Also kannst du besser spammen. Das war grad... Das war grad... Das war so bescheuert da grad. Ich weiß nicht. Was ist denn das? Ich hab grad so viele Leute gefahren. Da einfach, ja. Und die haben mich... Die haben mich einfach erlegt. Nun, ich hab' sie geschossen. Hab' einen angeschossen. Hab' weitergeschossen. Und auf den nächsten dann, ja. Auf die angeschossen hat er überhaupt nichts gemacht. Hat sie nicht bewegt? Ich verstehe das überhaupt nicht. Dann hatte ich ja kein Amo mehr. Ich hab' meinen Sniper leer geschossen. Hinschossen, geht auf! Rechts pushen. Ging gut. Hm? Rechts pushen. Csieh, dass es geht. Gucken. Chãy mal sehen. Gestern Staffelfinale von der 2. Staffel Weikers angeschaut. Oh, Alter. Ich mach jetzt endlich mal weiter mit der Serie Ich hab irgendwie immer eine zwischendurch wieder angefangen oder weiter geschaut eher, angefangen nicht Enten bei dir, dann sitzt eine Wahrscheinlich immer noch Wenn du mich fragst Ja vermutlich Ja, gib mir Perfekt, der ist immer noch der gleiche Wow Was ist das? Oh Gott, bei dir sind einige Leute Und die Fieldgun 11 zu 1 Spieltor Stronger Spieler Na ja Jetzt haben wir's Kills Soll das dann nicht mehr am Leben sein So viele Leute wieder gerade gespottet waren Sag doch, ich geh mal bitte mit Kids Okay Cowlory Has arrived Hab mich halt weggeschoben Als ich gerade eben geschossen hab I need ammo, now! NEIN Fix mich GG Wobei G-Refed Bad aim H-G-Refed Die Fragnate Die hat dann wirklich Want to find out? NEIN MAN G-Refed G-Refed So, der Team-Mate. So, die Bomben noch an der anderen Field können, ne? So, Posys pushen. Hm, mal so viel ist ja... Na, ey, ich werd nur... Der Typ will nur Headshot. Als ob... Als ob der mit Low-Level so gut hittet. Ja, Mad Kid, komm her. Komm zu Eggie. Obwohl die halt überall campen, ey. Mann, warum werd ich angeschossen? Kann ich sein. Komm. Ja, hinter dir ist ein Sniper. Oh Gott, du bist fast in die Impact reingesprungen. Ja, ist okay. Oh mein Gott. Ja. Das ist was ich meine. Oh Gott! Auch in der Kanti hinten. Bei ihr. Teufel, Leute. Gehse. Of course. Gehse. Nein. Ist immer eher links. So als Rückzug irgendwie ein bisschen. Ich werfe ihn noch vorher. Okay. Let's go back, baby. Sicher? Ja. Ja, ein bisschen. Okay, eigentlich. Okay. Nein. Oh Gott. Ich muss noch ein Heavy Tank kommen. Das ist doch so unnötig, ey. fuck k**ler wie eh diesen bug der so um mich rum wackelt die ganze zeit fuck ecknerisch medic ist wo wir vorher waren wie ist er aber eigentlich immer noch auf dem server wie wohl ja noch nicht gekickt du wärst schon tausend jahre raus man jetzt bin ich halt echt wie diesem hessischen bug gestorben dass ich so dumm rumgewackelt habe dass nichts mehr ging also nicht dass man nichts mehr sehen konnte ordentlich na der ist richtig scheiße jetzt ein selbstschlader und einfach farmen ah sechrikotik geht aber auch da bin ich so zum nicht gleich nope eindeutig nicht gleich bb hi marx und was gab's leckeres linsen nudeln und kackbällchen ich hab grad kackbällchen verstanden diese runde hat eine ganz lustige runde verfasst ich hab 78 5 infanterien unter 20 minuten die wird aufgenommen ach unter 20 minuten eine sekunde two is one sided das liegt nicht an den beiden ersten in unserem team nein nein na ne einfach one sided du konntest nichts machen ne die strumpelt mit der mauer